Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. In diesem Video möchte ich euch eine neue Methode zeigen, um Loom-Bands zu machen, nämlich mit einer Stricklise. Ich weiß nicht, wer von euch das hier kennt. Das ist eine Stricklise. Damit kann man Armbänder machen aus Wolle und man kann damit auch super gut loomen. Ich zeige euch ein Quadrarmband darauf. Ihr könnt darauf allerdings auch Fischtel-Armbänder machen oder andere Armbänder, für die man zwei bis vier Pins braucht. Und ja, ihr braucht für ein Quadrarmband ungefähr 40 bis 50, 60 Gummis, je nachdem wie lang es werden soll, und einen Schließclip. Zusätzlich braucht ihr natürlich noch eure Häkelnadel und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Ich starte mit einem roten Gummi und das gebe ich einmal über alle vier Pins hier oben. Dann nehme ich es von einer Ecke ab, gehe mit der Häkelnadel rein, drehe das Ganze ein bisschen und gebe es wieder auf. Beim nächsten Pin ganz genauso abnehmen, mit der Häkelnadel drehen und wieder drauf. Und dann bei allen mache ich das so, abnehmen und drehen. Das Ganze sieht dann so aus oben. Vor jedem Pin habe ich so ein X und dann geht es weiter mit Orange. Ganz normal drüber geben, nichts Großes machen mit erst und dann kommt Gelb. Ich lume bei diesem Quadrarmband immer über zwei ab. Das heißt, ich mache jetzt mit Rotluft, verscharte mit Rot, nehme Rot einfach und lege Rot über die beiden anderen. Das geht super gut, weil ich hier richtig schön reinfassen kann. Und nach Gelb-Grün, also wie gesagt, wie in meinen Regenbogenfarben, dann Orange-Ablumen. Blau nach Grün. Das Praktische bei der Stricklise ist, dass die innen hohl sind, dass das Armband also hier einfach durchflutschen kann. Runterdrücken. Und weiter geht es mit Lila. Wenn ihr sonst nochmal Anleitungen mit der Stricklise sehen möchtet, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Oder wenn ihr vielleicht Erfahrungen damit habt, wenn ihr schon mal Sachen damit gemacht habt, schreibt es mir auch einfach mal. Das freut mich immer. Und ja, dann schaue ich mal, was ich sonst nochmal damit machen kann. Wenn ihr das Thema also spannend findet, erzählt es uns einfach. Und das Ganze wird jetzt, wie gesagt, einfach immer nach dem gleichen Prinzip fortgesetzt. Immer rüberziehen, in der Mitte fallen lassen. Und ich mache das Ganze so lange, bis es bequem um mein Handgelenk passt. Und dann zeige ich euch noch, wie man das Ganze dann zu Ende macht. So, das Ganze lässt sich jetzt hier unten rausziehen. Ich könnte auch schon mal den Clip einhaken. Ich hake ihn einfach hier durch zwei von den Umschlägen von dem Rot. So. Hier hinten sieht man das Muster dann, wenn man das Ganze rauszieht. So sieht es aus. Und ich habe hier noch einmal einen Farbdurchlauf liegen. Den mache ich jetzt noch. Und dann seht ihr gleich, wie man den Abschluss macht. Ihr seht, wie das hier reinläuft. Mal ein bisschen runterschieben. Und nachziehen. Und nachziehen. Und nachziehen. So, jetzt kommen die letzten beiden. Blau wird ganz normal noch verarbeitet. Und dann kommt Lila. Lila ist das letzte. Und ich lume erst grün einmal komplett darüber ab. Dann alles wieder ein bisschen runterdrücken. Und dann lume ich auch blau rüber ab. Jetzt habe ich nur noch Lila gleich oben. So, so sieht es von oben aus. Nur noch Lila. Jetzt ziehe unten nochmal nach. Und dann nehme ich die Häkelnadel und hole mir alle Lila Gummis ab. Von allen Pins. Von allen Pins. Hier das hier auch. Das ist leider jetzt weggerutscht gewesen. Ziehe es einmal stramm. Ich habe jetzt vier Lila Umschläge auf meiner Häkelnadel. Ziehe das Ganze einmal stramm. Und nehme jetzt das Ende. Und nehme den Clip. Und gebe alle vier Gummis in den Clip. Rausziehen. Und das Armband ist fertig. So sieht es aus. Mit der Stricklise hier gemacht. Hier ist es. Gerade weggerollt. Und wenn euch das Ganze gefallen hat. Schaut mal bei uns im Kanal vorbei. Da findet ihr noch ganz viele andere Lumenvideos. Do-it-yourself Sachen. Backen, kochen. Von allen in ein bisschen. Und wenn ihr wie gesagt noch mehr Interesse an Videos mit der Stricklise habt. Schreibt es mir in die Kommentare. Da schaue ich dann mal was ich noch Schönes für euch machen kann. Und wenn euch das Video besonders gut gefallen hat. Vielleicht habt ihr ja Lust es mit euren Freunden zu teilen. Vielleicht habt ihr ja auch Lust uns ein Abo da zu lassen. Das wäre auch super schön. Und ja. Sonst bis zum nächsten Mal bei Do-it-yourself. Für Inspiration.